Hallo, Servus und herzlich Willkommen zu meinem Adventskalender-Special 2023 hier auf meinem YouTube-Kanal. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Christopher Jung, ich bin Shimano-Team-Angler und hier in meinem Adventskalender-Special stelle ich euch ab sofort bis zu Weihnachten jeden Tag einen neuen Shimano-Köder vor, teile meine Erfahrungen und fänge mit euch und wie es bei so einem Adventskalender üblich ist, klar, könnt ihr das Ding auch am Ende noch gewinnen. Das heißt, ihr habt 24-mal die Möglichkeit, Köder zu gewinnen und an Weihnachten gibt es nochmal was ganz, ganz Besonderes. Ein Video, auf das sehr, sehr viele gewartet haben mit nochmal einem richtig, richtig geilen Gewinn. Insgesamt könnt ihr Produkte im Wert von über 700 Euro gewinnen. Teilnehmen lohnt sich also wirklich. Wie das Ganze funktioniert und um welche Artikel es geht, erfahrt ihr in diesem und in allen folgenden Videos. Viel Spaß dabei! Der nächste Köder, der heute im Fokus steht, den habe ich einem ganz speziellen Menschen zu verdanken. Und zwar unserem Marketingleiter Kai Launhardt. Dass es dieses Ding überhaupt in meine Liste geschafft hat, ist eigentlich sein Verdienst. Denn er hat zu mir gesagt, Christopher, probier den mal aus. Der rasiert auf Zander wie kein anderer. Und ich habe ihm erst, ne doch, ich habe ihm geglaubt. Ich habe ihn nämlich, glaube ich, am selben Tag oder einen Tag später probiert. Und ich will jetzt nicht lügen, entweder war es der erste oder der zweite Wurf. Und ich habe Zeddy gefangen. Also Vertrauen hat der Köder sofort gehabt. Der hat dann aber auch die Würfe danach Zeddy's gefangen. Und während der andere Kollege mit Wobbler nichts gefangen hat, habe ich weiter Zeddy's gefangen. Und dann haben wir den Wobbler getauscht und er hat den Köder dran gemacht. Und dann hat er rasiert. Und wer das nicht glaubt, checkt das Video ab. Ich verlinke es euch hier oben. Wer das Video kennt, der weiß, wovon die Rede ist. Vom Silent Assassin 129F Flash Boost. Alter, dieser Köder hat so heftig auf Zander rasiert. Guckt euch mal dieses Teil an, wie verschamariert der ist. Der ist richtig mitgenommen. Denn der hat wahnsinnig viele Zander gesehen. Ich möchte nicht lügen, aber bestimmt vielleicht sogar schon dreistellig. Der hat 30, 40, 50, 60, 70, 80 Mal die Steinpackung gesehen. Weil im Dunkeln, nachts vorm Boot, wenn gar kein Licht ist und man wahnsinnig nah in die Packung werfen will, dann trifft man auch mal die Packung. Und der Köder hat es ausgehalten. Der ist nämlich aus der XSENZ-Serie. Das heißt, eigentlich ist der fürs Meeresangeln gemacht. Und das macht den Köder halt wahnsinnig stabil. Der hat eine sehr, sehr kleine Tauchschaufel. Das heißt, der läuft flach. Der hat einen sehr subtilen Lauf. Das ist genau das, was die Zander wollen. Und mit einer 129 Millimeter Größe ist es auch noch genau das Beutespektrum. Dieser Köder, wenn ich einen für Zander raussuchen darf, den da. Silent Assassin 129F. Jetzt gibt es den Köder aber in ganz vielen verschiedenen Größen. Einmal noch, wer es nun mal größer haben will, die Version 140 Millimeter. Ihr seht, der ist schon nochmal ein kleines bisschen größer, aber nicht viel größer. Auch der hat schon richtig gut Zettis gefangen. Und dann geht das Ganze auch noch ein bisschen kleiner. Wir gehen mal zur kleinsten Größe. Das ist der 80er hier. Auch der hat Flashboost und Jetboost-Technologie. Den gibt es als Floater und als Sinker. Und die 99 Millimeter Version, die gibt es sogar noch in drei Ausführungen. Die gibt es einmal in einer Floater mit einer ganz, ganz kleinen Schaufel. Da seht ihr das. Also das ist der Floater. Jetboost, Flashboost und eine ganz, ganz kleine Schaufel. Auch der ist auf Zander richtig cool. Dann gibt es den noch als Suspender. Als Suspender hat er schon nochmal eine größere Tauschschaufel. Da macht er schon nochmal ein bisschen mehr Radau. Aber auch geil, da habe ich schon Fische gefangen, während der Köder einfach stehen geblieben ist. Das heißt langsam gekurbelt, stehen lassen, 21, 22, bumm, Zetti war drauf. Und wenn man sehr universell einangeln will, dann nimmt man den 99er auch mit der breiten Tauschschaufel in der sinkenden Version. Und eingekurbelt auf Zander oder rausgeworfen, auf den Boden absinken lassen und dann nach unten getwitcht, weil häufig stehen die Fische ja auch unten am Boden. Sehr, sehr universell einsetzbarer Köder, der Silent Assassin. Also ohne den gehe ich nicht mehr aus dem Haus, wenn es auf Zander gehen soll. Schaut euch das Ding mal an. Der rasiert, sage ich euch. Selbstverständlich gibt es auch hier wieder ein Gewinnspiel und zwar gibt es für euch den 99S. Alles, was ihr dafür tun müsst, um diese Universalrakete abzuräumen, das erfahrt ihr jetzt. Um am heutigen Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr lediglich meinen Kanal abonnieren, dieses Video liken und kommentieren. Ihr könnt selbstverständlich an jedem der 24 Gewinnspiele teilnehmen, müsst dann aber jedes Video kommentieren. Wichtig ist, pro Video wird euer Kommentar nur einmal gewertet. Das heißt, ihr könnt gern mehr drunter schreiben, aber jedes Kommentar zählt nur einmal. Da wir in der Vorweihnachtszeit sind und es ja viel um Nächstenliebe hier in der Weihnachtszeit geht, würde ich euch bitten, teilt dieses Video doch mit euren besten Angelbuddies. So haben vielleicht auch die die Möglichkeit, eins der 24 coolen Gewinne abzusahnen. Ich sage an der Stelle vielen lieben Dank fürs Zusehen, viel Gewinnspielchancen und eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis dahin, euer Chris. Bye, bye.